Ich möchte mit einem Beispiel anfangen. Ich bin immer sehr fasziniert, teilweise erschüttert, was Menschen anderen Menschen, speziell im Internet, an den Kopf werfen. Was für Sätze da fallen. Selbst bei relativ unspektakulären Austauschen. Bloß, wenn man sich nicht einer Meinung ist. Bloß, wenn man die Welt ein wenig anders sieht. Ich gebe Ihnen ein Beispiel, was Menschen im Netz lesen. Das ist aus dem Jahr 2016. Das betrifft die ORF-Moderatorin Martina Rupp, die vielleicht manche von Ihnen kennen, die ist Moderatorin im Fernsehen seit einiger Zeit. Aber das, was da passiert ist, hat eigentlich nicht wirklich was damit zu tun. 2016 bis heute noch immer wurde lebhaft über Flüchtlinge diskutiert, gerade auch auf Facebook. Und da war wieder einmal so ein Austausch, wo es um die Frage ging, wie viel Empathie zeigen wir Flüchtlingen, wie gehen wir mit Flüchtlingen um. Und die Martina Rupp hat es gewagt, auf Facebook sich für Empathie auszusprechen und eine sehr offene Haltung zu zeigen. Also zu sagen, quasi dafür zu plädieren, dass man Flüchtlinge fair und auch menschlich behandeln muss. Und ich lese Ihnen vor, was Ihnen ein User daraufhin entgegnet hat. Das tut mir jetzt ein bisschen leid, dass das so dasteht, aber ich lese es Ihnen vor, damit Sie einmal ein Beispiel gehört haben. Ganz besonders Ihnen und Ihresgleichen wünsche ich, dass Sie abends mal an die richtige Horde kommen. Ich schon wissen, die maximal Pigmentierten oder der Rest, die immer nur in Gruppen herumlaufen. Da haben Sie eine hohe Chance, dass Ihnen der Arsch aufgerissen wird. Ihr schweigt alle, wenn Kinder oder Frauen drankommen. Da seid ihr dann gusch, da hört man nichts von euch. Deswegen ist es meiner Meinung nach zielführender, wenn Leuten wie euch mal der Arsch aufgerissen wird. Die Chance ist ungleich höher, nur dass auch Leute wie ihr drankommt. Die Hoffnung stimmt bekanntlich zuletzt. Öffentlich sichtbar, einfach gesagt, ihr wird gewünscht, dass ihr eine Vergewaltigung, auf jeden Fall ein übler Missbrauch passiert. Einfach so, weil man anderer Meinung ist. Und ich habe mit der Martina Rupp geredet. Und ich rede oft mit Opfern oder Betroffenen solcher Meldungen. Und das Interessante ist, ich frage Sie gern, ob man sowas schon mal erlebt hat, ob man sowas schon mal ins Gesicht gesagt bekommen hat. Und quer durch die Bank höre ich dann eigentlich immer, sowas hat mir noch nie jemand ins Gesicht gesagt. Das heißt, wir erleben schon eine Verhärtung des Tons im Netz. Das täuscht nicht nur, das ist nicht nur so ein persönlicher Eindruck. Da gibt es sehr viele Beispiele, dass im Netz die Tonalität schnell rauer wird. Und ich werde heute mit Ihnen genau darüber sprechen, über die Frage, warum ist es gerade online so schwierig, sachlich und auch respektvoll zu diskutieren. Und zweitens, ich habe da eine Übersicht, warum gibt es so viel Aggression? Und zweitens, was bedeutet das auch politisch oder für die Demokratie, was bedeutet das für unsere Gesellschaft? Wir sind ja heute auch bei einer politischen Veranstaltung, bei einer gesellschaftspolitischen Veranstaltung. Ich möchte auch die Frage aufwerfen, was bedeutet das für uns, den Austausch in unserer Gesellschaft, wenn es so grob wird? Wo sind die Gefahren? Und drittens, die Frage, wie können wir uns wehren? Wie können wir uns digital verteidigen, vielleicht auch am Ende unsere Gesellschaft verteidigen? Gehen wir kurz auf die Einstiegsfrage ein. Was ist online anders? Und ich habe schon ein bisschen darauf hingewiesen. Ich habe gesagt, Leute sagen mir, das hat mir noch nie jemand ins Gesicht gesagt. Vielleicht erinnern Sie sich an Folgendes, an den Shitstorm gegen Gabriele Heinisch-Rosek, die frühere Frauenministerin, die es gewagt hat, sich auf Facebook mit Andreas Gabalier anzulegen. Das war eine Geschichte, da hat der Andreas Gabalier sich geweigert, die Bundeshymne zu singen, wie sie mittlerweile ist, wo auch die großen Töchter erwähnt werden. Und sie hat ihnen darauf hingewiesen, wie die Hymne mittlerweile heißt. Und das Post, wo sie das gemacht hat, da ist es zugegangen. Da hat sie zigtausend Rückmeldungen bekommen, viele wütend. Sie ist auf den Scheiterhaufen mit ihr, in die Gaskammer, übelste Beleidigung, sie können es sich vorstellen. Und auch die Gabriele Heinisch-Rosek habe ich gefragt, hat dir da schon einmal jemand so etwas gesagt? Hat sie das schon einmal erlebt? Meine Politikerinnen und Politiker kriegen schon viel Kritik ab. Aber sie hat gesagt, nein, solche Dinge hat sie noch nie gehört. Und wo ist der Unterschied, dass Menschen so etwas online tippen, aber nicht ins Gesicht sagen? Ich bringe Ihnen zwei Gründe, was da passiert. Das erste ist, ich habe schon darauf hingewiesen, dieser Unterschied, dass man eben nicht jemanden ins Gesicht schaut. Dafür gibt es einen Begriff, der nennt sich die Unsichtbarkeit. Forscher nennen das die Unsichtbarkeit im Internet, dass ich der anderen Person nicht in die Augen sehe, dass ich den anderen nicht sehe. Und das macht so eine Spur leichter, derb zu sein, hart zu sein. Weil dieser nonverbale Austausch, dieses den anderen sehen, das bremst uns. Sie kennen das vielleicht selbst von Streitigkeiten, was weiß ich, mit ihrem Partner, mit der besten Freundin, keine Ahnung. Manchmal ist man so wütend, dann sagt man Dinge, die verletzend sind. Und wenn man die Person sieht, merkt man sofort, ich bin jetzt zu weit gegangen, das war jetzt zu viel. Da muss die andere Person noch gar kein Wort sagen. Und dieses Feedback, dieses nonverbale Feedback, das fehlt online. Und es ist leichter, so hart zu sein, wenn ich nicht sehe, was ich auslöse. Das zeigt auch die Forschung. Israelische Forscher namens Norm Lapidot-Lefler und Asi Barak haben Menschen über das Internet miteinander diskutieren lassen, also per Chat. Und in manchen dieser Szenarien war auch eine Webcam zwischengeschaltet. Und in dem Moment, wo eine Webcam Augenkontakt herstellte, fielen gleich viel weniger Beleidigungen und Bedrohungen. Also der Augenkontakt hatte etwas total Bremsendes. Es ist einfach beklemmend, so gehässig zu sein, wenn ich dabei jemanden noch in die Augen schauen muss. Da muss ich schon ziemlich hart sein, dass ich das tue. Und das kann man als Teil, oder ist ein Teil der These der Online-Enthemmung, die hat der Psychologe John Saller schon vor Jahren, vor etlichen Jahren erstellt. Der hat unterschiedliche Faktoren genannt, die im Internet anders sind, die es leichter machen. Ich nenne nicht alle, ich nenne die Unsichtbarkeit. Die Anonymität ist auch ein Faktor, weil es natürlich eine Spur leichter ist, ganz grob zu sein, wenn der Name nicht dabei steht. Und noch ein Faktor ist, fehlende Konsequenzen oder fehlende Autoritäten. Das heißt, sehr oft, wenn ich so hart bin im Internet, muss ich nichts befürchten. Und mit befürchten meine ich gar nicht, dass der Staatsanwalt kommt und einen abführt. Mit befürchten meine ich, im Internet gibt es oft auch keine sanften Sanktionen. Im Internet ist es oft so, dass der Täter oder der Rübel hart sein kann und ihm eigentlich nicht wirklich was passiert. Wir erleben es, dass manche User wirklich ihre Zeit damit verbringen, zum Beispiel den ganzen Nachmittag frauensexistische Postings im Internet zu schreiben. Und sehr häufig werden diese User keine wirklichen Konsequenzen haben. Ich vergleiche das gern mit Kaffeehäusern. Im Internet, lassen Sie mich so erklären, im Internet gibt es User, die kann man zum Beispiel auf Twitter nachlesen, sieht man, die schreiben in einer Tour ätzende Kommentare an Frauen. Oder man kann nachlesen auf Plattformen wie Musical.ly, die Jüngeren kennen es vielleicht, das ist eine Plattform, wo Teenager, vor allem Mädchen zu Musik tanzen, da schreiben User in einer Tour jungen Mädchen, dass sie hässlich sind und was sie mit ihnen sexuell machen wollen würden und Gehässigkeiten. Und damit verbringen manche Menschen ihre Zeit und im schlimmsten Fall, das Schlimmste, was manchen dieser User passiert ist, dass vielleicht einmal ein Posting entfernt wird. Offline ist das eine eine Spur anders. Offline haben wir so Sicherheitsmechanismen oder es gibt so etwas wie Zivilcourage. Wenn ich in Wien im Kaffeehaus sitze oder stellen Sie sich vor, Sie sitzen im Kaffeehaus hier in Linz, stellen Sie sich vor, Sie sitzen im Kaffeehaus und Sie sehen einen Mann, der von einem Tisch zum nächsten geht, überall dort, wo eine Frau sitzt und so jeder Frau, die dort sitzt, erklärt er, was mit ihr sexuell passieren sollte und ob sie hübsch genug oder zu hässlich ist, dass das sexuell mit ihr passiert. Ganz, ganz obszön und dezidiert. Wie lange, glauben Sie, würde es dauern, wie viele Tische würde dieser Mann aufsuchen können, bis irgendwer einschreitet? Ich glaube, in sehr vielen Kaffeehäusern wird bald was passieren, dass irgendein anderer Gast sagt, hören Sie auf, so können Sie sich hier nicht aufführen oder dass der Kaffeehausbesitzer oder ein Kellner kommt und sagt, bitte verlassen Sie das Lokal. Das heißt, so im Offline-Umgang haben wir so Regeln. Wir haben, das heißt nicht, dass man immer gleich verhaftet wird und eingesperrt, oft können wir das untereinander ausmachen. Aber dieses untereinander ausmachen, das passiert online häufig nicht. Der Rübel hat oft keine Konsequenzen, es ist sogar noch eine Spur schlimmer. Es steht eh schon da. Im Gegenteil, Wut wird manchmal sogar belohnt. Das wirklich Schlimme ist, derb zu sein, das ist oft eine Erfolgsmasche. Und das sage ich nicht einfach so. Wir sehen, dass Leute, die harte Postings schreiben, teilweise sehr erfolgreich sind im Internet. Dazu gibt es auch eine interessante Auswertung zweier Wissenschaftler der Carnegie Mellon University. Die haben Folgendes gemacht, die haben 75.000 Postings, 75.000 Postings aus südkoreanischen Zeitungsforen analysiert und sie haben gesehen, jene Postings, die Schimpfworte beinhalten, bekamen im Schnitt mehr Likes als Posting, die keine Schimpfworte beinhalten. Nur kurz als Erklärung, mit Like war gemeint, man kann in manchen Foren quasi den Daumen oben nach oben drücken oder man kann vielleicht grüne Striche verteilen, Sie kennen das vielleicht aus dem Standardforum oder so eine Leserempfehlung. Das alles so ein Klick signalisiert Zustimmung, das haben sie alles als Like gezählt. und im Schnitt hatten die Postings mit Beleidigungen drinnen oder mit Schimpfworten mehr Likes. Und das ist eher schlecht, weil ich glaube, viele von uns hatten an ein Internet gehofft, wo die, die sachlich argumentieren, mehr Likes bekommen. Oder die, die es schaffen, ohne Schimpfworte zu argumentieren. Aber wenn Sie darüber nachdenken, ist es logisch. Warum? Weil Schimpfworte reizen, Schimpfworte emotionalisieren. Und wenn jemand zum Beispiel ein Schimpfwort gegen einen Politiker schreibt, dann triggert der, dann löst der was aus. Bei Menschen, die den Politiker auch nicht mögen, löst der aus, dass die vielleicht auf Like klicken. Weil sie sagen, endlich sagt es einer. Wut aktiviert. Wut ist eine ungeheuer aktivierende Emotion. Und das ist ein Problem, das war schon immer so. Das ist aber ein Problem im Internet, wo wir unsere Wut sehr leicht mit einem Klick ausleben können. Der Politologe Timothy Ryan aus den USA, der hat ein interessantes Experiment gemacht. Der hat politische Werbung auf Facebook getestet, also Inserate. Und er hat geschaut, unterschiedliche Inserate, die unterschiedliche Emotionen auslösen, wie gut werden die geklickt, also welche Emotion wird belohnt. Und er sah, ein politisches Inserat auf Facebook, das Wut auslöst, wurde mehr als doppelt so stark geklickt wie eine neutrale Botschaft. Das heißt, Wut rentiert sich. Und das rentiert sich für manche Internetforenposter, die so hart reinschreiben und dann Zustimmung von Gleichdenkenden bekommen. Ich sage Ihnen, für wen es sich aber auch rentiert, es rentiert sich für politische Rüpel. Und wir leben in einer Zeit, in der politische Rüpel im Internet und außerhalb des Internets ziemlich erfolgreich sind. Und das Besondere ist, im Internet kann man solche Dinge gut messen. Ich rede über Hass im Netz und ich finde es oft sehr schwierig, einen Vortrag über Hass im Netz zu erhalten, ohne an einer Person vorbeizukommen. Das ist Donald Trump, weil er so ein Paradebeispiel ist für so einen rüpelhaften Politiker. Weil man an ihm so Dinge so oft kristallklar sehen kann. Glasklar. Donald Trump hat eine sehr wütend machende Rhetorik. Und das Interessante ist, er ist auch online sehr erfolgreich. Das ist eine Auswertung, die ich Ihnen hier zeige, des Informatikers Patrick Martincheck. Der hat vier Millionen Facebook-Posts vor der US-Wahl analysiert. Darunter auch die offiziellen Beiträge von Hillary Clinton und Donald Trump. Also was diese Kandidaten und ihr Team auf Facebook gepostet haben. Und dann hat er Folgendes ausgewertet. Wie viele Likes, wie viele Kommentare, wie viele Shares diese Kandidaten bekamen. Also wie erfolgreich die gemessen am Feedback waren. Und das ist das Ergebnis. Man versteht es nicht so ganz, darum erkläre ich es kurz. Sie sehen hier Donald Trump. Sie sehen nicht Hillary Clinton. Entschuldigung. Hillary Clinton ist die Nulllinie. Also der weiße Strich unten. Und die roten Balken sind all das, was Donald Trump mehr hatte. Das heißt, er hatte 36% mehr Likes, 57% mehr Kommentare, 34% mehr Shares. Das heißt, in jeder messbaren Kategorie hatte er mehr Feedback im Schnitt. Und wenn Sie auf Facebook sind, kennen Sie das. Es gibt seit einiger Zeit diese Reactions, diese Reaktionen, die man verteilen kann. Diese Smileys. Love, wow, haha, traurig, wütend. Und es wurde auch erfasst, welche Reactions, welche Reaktionen Trump am meisten erntete. Und von allen möglichen Reaktionen erntete er mit Abstand deutlich mehr Wut. Da sieht man auch, welche Emotionen Trump halt besonders hervorbringt. Und was solche Datenauswertungen nicht verraten, ist Folgendes. Sind die Leute mit Donald Trump wütend, zum Beispiel über die Mexikaner, oder sind sie über ihn wütend? Und das macht einen Unterschied für den Einzelnen. Weil es kann sein, dass ein User auf wütend klickt, weil er ein riesiger Donald Trump Fan ist und ganz wütend über die Minorities, die Minderheiten. Es kann aber auch Folgendes sein, dass ich ein Trump Gegner bin und aus Wut schon wieder auf wütend klickt, weil ich das gar nicht fassen kann, was da passiert. Und es ist aber wichtig, das zu beachten, weil für die Maschine macht es keinen Unterschied. Für die Maschine wird auch Wut die Widerspruch ist als Zuspruch gewertet. Ich erkläre Ihnen das kurz. Wenn Sie ein Facebook-Profil haben oder wenn Sie auf anderen sozialen Medien wie YouTube zum Beispiel aktiv sind, dann sehen Sie oft nicht alles, was Ihnen zur Auswahl stünde. Auf Facebook zum Beispiel sehen Sie nur ein Teil dessen, was Ihre Freunde posten. Sie sehen nur einen Bruchteil der Kommentare und Postings, was Ihnen die Software auswählt, was Ihnen anzeigt. Und wir wissen vieles nicht, wie der Algorithmus, die Software das auswählt. Wir wissen aber so ein paar Grundzüge. Und eines ist bekannt. Einer der wichtigsten Faktoren, ob einem Facebook eine Meldung einblendet, ist die Anzahl der Likes, der Kommentare, Shares etc. Und denken Sie nur zurück, was ich gerade gesagt habe. Wut bringt Menschen zum Klicken, Wut bringt Menschen zum Liken und Kommentieren und dann sagt der Algorithmus, wenn der so viele Reaktionen bekommen hat, dann muss das interessant sein, das zeigen wir noch mehr Menschen ein. Das führt zur Gefahr, dass zuerst Menschen auf Wut einsteigen und dann die Software das nochmal belohnt und sagt, wenn da so viele Menschen darauf reagiert haben, dann zeigen wir das noch mehr. Und im schlimmsten Fall führt das zu einem politischen System, wo die Rüpel bessere Karten haben als die, die nüchtern sind. Im schlimmsten Fall profitieren zum Beispiel Politiker davon, die polarisieren. Und ja, man muss sagen, wir brauchen dann gar nicht in die USA sehen, wir sehen auch in Österreich, oder im deutschsprachigen Raum, dass Parteien, die polarisieren, ziemlich gut unterwegs sind online. Das ist eine Auswertung, die ich selbst mit dem Datenspezialisten Luca Hammer gemacht habe. Sie können es auf digitalreport.at selbst anschauen. Wir haben für die ersten Monate 2018 uns angeschaut, welche Parteien haben viel Likes, viel Kommentare, viel Shares, also viel Reaktionen ausgelöst. Und das haben wir dann als Tortendiagramm aufgeteilt. Das ist die Verteilung der Rückmeldungen von Parteien. Also man sieht, wer wird stark geliked, kommentiert, wer kriegt all die Klicks da ab. Und ich glaube, eines ist klar, die FPÖ ist ganz ganz vorne. Auch die FPÖ ist eine Partei, die ganz offensichtlich soziale Medien sehr geschickt nutzt. Und ich glaube, zumindest ein Teil des Erfolgs ist diese Emotionalisierung, dieses simple Auslösen von Reaktionen, sowohl von Fans als auch von Kritikern, weil auch manche Posts von FPÖ-Lern sind so provokant, dass auch Kritiker sich genötigt fühlen, was zu sagen. Aber bedenken Sie, sie helfen dann wieder der Reichweite. Das heißt, wir sind in einem technischen System, wo Provokateure oft sehr gute Karten haben. Also das ist Österreich und es gibt noch eine zweite Komponente oder Ähnlichkeit zwischen Donald Trump und der FPÖ. Donald Trump hat einmal in einer Wahlverkampfveranstaltung gesagt, zu seinen Fans, vergesst, vergesst die Presse, geht ins Internet. Also im Fall, den Wählern, sich im Internet zu informieren. Aber wenn Populisten wie Donald Trump so etwas sagen, dann weiß man auch, welchen Teil des Internets die meinen. Die meinen nämlich mit Internet vor allem Seiten wie Breitbart, die tendenziell berichten. Also das Internet ist eine spezielle Ausgestaltung des Internets. Und auch in Österreich ist es so, dass die FPÖ ihren Fans eigene Kanäle anbietet, die immer passend zur Weltsicht berichten. FPÖ-TV, all die Accounts, Heinz-Christian Strache, all das sind Ausschnitte aus der blauen Weltsicht. Und dann ist noch etwas Zweites entstanden. Es gibt Medien, neue Webseiten, die haben ein bisschen undurchschaubares Nahverhältnis zur Partei und die Berichter auch auffällig, freundlich. Und ich glaube, viele von Ihnen werden das kennen. Ich könnte auch auf ein österreichisches, ein europäösterreichisches Medium eingehen, wo auch immer die Frage stellt, wie nah sind die an der FPÖ dran. Darauf können wir vielleicht in Diskussion eingehen, aber gehen wir auf die noch bekanntere Seite ein. Unzensuriert. Das ist eine FPÖ-nahe Webseite, die ganz klar Rechtsstimmung macht. Die kann man als sogenannte hyperparteiische Seite einstufen. Das ist eine Seite, die keinen klassischen journalistischen Anspruch hat. Und das ist, ich habe das heute herausgesucht, das waren ein paar Headlines, die ich heute dort gefunden habe. Wenn Sie heute auf unsensuriert gehen, dann, und Sie meinen, Sie nehmen das alles sehr ernst, dann dreht sich Ihnen der Magen um, weil Sie, wenn Sie das alles so zu 100 Prozent glauben, dann müssen Sie wirklich Angst haben oder Wut. Weil da wird die Welt in einem sehr furchtbaren Licht gezeichnet. 200 Schwarzafrikaner stürmenden Grenzzaun. Es reicht nicht einmal zu schreiben Afrikaner, man muss auch noch Schwarzafrikaner zuschreiben. Tschetschene regelt der Verkehr mit Faustrecht, okay. Lehre, Gefahr durch Messer Migranten. Die Geschichte ist sehr interessant, es geht darum, dass vielleicht Migranten nicht in der Gastronomie eine Lehre machen sollten, weil die Argumentation ist, da haben Sie Zugang zu Messern. Also, auf die Idee muss man mal kommen, daraus eine Geschichte zu machen. Dann Nationalfeiertag wird in St. Pölten Queer. Man stellt sich vor, die Menschen in St. Pölten, die trauen sich, am Nationalfeiertag eine Konferenz für LGBT-Menschen, also für Homosexuelle, zu machen. Das ist ja ungeheuerlich. Das ist schon ein Headline wert, so eine Nullmeldung. Und dann sehr viel Wut und dann am Ende die Lösung. Herbert Kickl gibt ORF die richtige Antwort. Das heißt, Sie sehen schon ein bisschen ein Tral, ein Kollege und ich haben für Profil das mal ausgewertet. Wir haben zwei Wochen lang jede einzelne Geschichte von unsensuriert gelesen. Ich kann das nicht empfehlen, auch wenn man einfach sehr viel tendenziöse Geschichten liest. Aber wir haben uns angeschaut, wer kommt positiv weg und wer kommt negativ weg. Und wenig überraschend gab es keine einzige Geschichte, wo die FPÖ negativ wegkam. Es gab sehr viele Geschichten, wo die anderen Parteien negativ wegkamen. und uns hat vor allem interessiert, welche Gruppen kommen negativ vor. Und die erste Gruppe wird Sie nicht überraschen. Die erste Gruppe waren Migranten. Die kamen am häufigsten negativ in der Berichterstattung vor. Und die zweite Gruppe, das waren schon Journalisten. Weil Seiten wie die auch immer gerne Kritik am klassischen Journalismus äußern und so quasi das Bild zeichnen. Nur bei uns kriegt sie die Wahrheit und da drüben nicht. Und wenn einmal Bürger so etwas glauben, ist das ein bisschen eine Gefahr, weil die dann einer klar parteinahen Seite, einer sehr parteilichen Seite, sehr viel glauben und Medien, die eigentlich unabhängiger sind, wenig. Also dann kriege ich Meldungen, die durchaus passend sind, wenn ich ein FPÖ-nahrer Mensch bin. Und die Seite, die sagt nicht genau, wer aller von ihren Autoren bei der FPÖ arbeitet. Man weiß nicht genau, wer aller mitschreibt. Man weiß aber, der Geschäftsführer der Seite ist Referent bei der FPÖ im Parlamentsclub. Also der arbeitet dort in seinem Brotshop. Und der langjährige Chefredakteur, arbeitet jetzt im Innenministerium, ist jetzt nicht mehr bei uns sensoriert, nach eigenen Angaben. Der war früher der Leiter des Kommunikationsbüros der FPÖ. Also der leitete das Kommunikationsbüro der FPÖ, während er auch Chefredakteur von uns sensoriert war. Und dieser frühere Chefredakteur, der hat einmal ein bisschen einen Fehler gemacht. Der hat nicht gemerkt, dass er gerade gefilmt wird. Da hat ihn eine Undercover-Journalistin aus Deutschland sich dort beworben für einen Job bei uns sensoriert. Und vor der verdeckten Kamera sagt der Alexander Höferl, der damalige Chefredakteur, so weit können wir das ja zugeben. Sinngemäß sagt er das ungefähr so. Wir tun das ja nicht, weil uns so viel an unabhängigen Journalismus gelegen sei, sondern er erklärt ganz genau, es geht darum, Stimmung zu machen. Gibt es sogar mittlerweile eine Aufnahme davon. Und wenn FPÖler auf diese Praktik angesprochen werden, einzelne FPÖ-Politiker, dann sagen sie, das hilft ja dem Meinungs-Spektrum. Dann verteidigen sie das auch noch. Die Gefahr in diesem Klima ist folgende, dass ein Teil der Bürger sehr einseitige Medien bekommen und wir weggehen von diesem Ideal eines unabhängigen Journalismus zu einem parteinahen Journalismus, der noch dazu ziemlich intransparent ist, weil man gar nicht genau weiß, wer schreibt da alle. Und die zweite Gefahr ist, gerade was die Aggression betrifft, um jetzt wieder darauf zurückzukommen, all diese argen Texte und auch all dieses harte Klima, das führt dazu, dass ziemlich arge Dinge fallen und die Gefahr ist, dass ein Teil der Bürger, dass denen das zu deppert wird, dass die gar nicht mehr mitdiskutieren wollen, dass manche sagen, es geht so hart zu, ich weiß gar nicht, was ich machen soll, ich ziehe mich lieber zurück. Und das nennt sich Silencing, wenn mit Aggression Andersdenkende mundtot gemacht werden. Dazu gibt es eine interessante Befragung von Amnesty International in acht Ländern, die haben Frauen gefragt, ob sie schon mal Belästigungen oder Gehässigkeiten im Netz erlebt haben und von jenen Frauen, die Gehässigkeiten oder Belästigungen im Netz erlebt haben, hat eine von drei gesagt, sie posten jetzt zu manchen Themen nicht mehr. Das heißt, sie haben für sich selbst Konsequenzen gezogen und leider die Konsequenz, dass sie sich nicht mehr einbringen wollen. Die Gefahr ist, dass manche Stimmen verstummen. Und mein Eindruck ist, es sind oft nicht die Rüpel, die verstummen, sondern die anderen. Das ist die Gefahr an dem Ganzen. Ich komme zum Schluss. Nur schnell drei Vorschläge, was wir machen können, dann können wir schon diskutieren. Wir können auch gerne in den Diskussionen dann mehr über die Lösungen reden. Was kann man machen? Erstens, ich habe erzählt, dass vielleicht Software auch noch Wut fördert. Aber so genau wissen wir das nicht, weil diese Software undurchsichtig ist, weil wir nicht genau wissen, nach welcher Rezeptur Inhalte eingeblendet oder ausgeblendet werden. Da könnten wir verpflichtende Transparenz für Plattformen einführen, dass wir wissen, nach welchen Kriterien wird Information ausgefiltert, dass wir da ein besseres Verständnis haben. Dass zum Beispiel große Plattformen Wissenschaftler erlauben müssen, Studien dazu zu machen, was derzeit nicht möglich ist, wenn Facebook oder YouTube das nicht wollen. Dann wissen wir das nicht. Das Zweite ist, wir sollten juristische Lücken schließen. Ich gehe ganz kurz auf den Fall Maurer ein, die Sigrid Maurer, die frühe Grünpolitiker, die furchtbare, obszöne Meldungen bekommen hat, also private Nachrichten auf Facebook. Und die konnte sich nur sehr schwer dagegen juristisch wehren. Also es war nicht so leicht, ist nicht so leicht in dem Fall. Warum? Ein wichtiger Aspekt ist, viele Menschen glauben, wenn ich so eine obszöne Meldung wie die Sigrid Maurer bekomme, wo mir gesagt wird, was ich sexuell machen soll, so Grausigkeiten, dass ich für Geld irgendwelche Dienste machen soll, ekelhaft ausformuliert, wenn ich das in einem privaten Chat, in einer privaten Nachricht oder einer E-Mail nur an mich bekomme, kann das in Österreich nicht den Tatbestand der Beleidigung erfüllen. Das muss vor Publikum passieren. Und das könnten wir total leicht lösen in Deutschland, kann ich eine Beleidigung auch anzeigen, wenn sie nur an mich gerichtet war. Dort ist es möglich. Das heißt, eigentlich sehr leicht lösbar. Manche Probleme sind lösbar. Und das Letzte, Drittes, ich glaube, wir müssen insgesamt das Thema ernst nehmen. Weil immer wieder, wenn wir über das reden, zum Beispiel auch Fallmaurer, allen Ernstes posten an Leute, die soll sich nicht so aufführen. Oder, ich habe, weiß nicht, vor zwei, drei Wochen im Spiegel ein Interview über MeToo gegeben, also den Hashtag rund um sexuelle Übergriffe. Und dann hat allen Ernstes ein User mir geschrieben, so in die Richtung, wenn Frauen das nicht aushalten, sollen sie aus dem Internet rausgehen. Ich meine, das ist der dümmste Kommentar, den es gibt, in meinen Augen. Weil, das Problem ist nicht, dass Menschen obszöne, belästigende, furchtbare Meldungen schreiben. Das Problem ist, Frauen wollen das nicht aushalten. Also, ich glaube, das Gute ist, dass wir zunehmend in einer Debatte drin sind, wo Leute über solche Aussagen lachen. Wo das nicht mehr so durchgeht, wie man sagt, das ist Meinungsfreiheit. Weil natürlich ist es keine Meinungsfreiheit, einer Frau Obszönitäten entgegenzuwerfen und sie als Mensch zweiter Klasse zu behandeln. Das ist manchmal sogar strafbar. Das heißt, ich glaube, wir sind schon weitergekommen in der Debatte, aber das ist ein weiter Weg, weil derzeit auf die Rübel noch immer lauter sind. Und wenn ich Ihnen einen letzten Tipp geben darf, mich fragen oft Leute, was kann ich selbst machen, wenn ich online diskutiere, wie kann ich mich einbringen, wie kann ich gut diskutieren im Netz? Und meine Antwort ist, man muss nicht gut diskutieren. Das Problem ist nämlich, wenn Leute solche Gehässigkeiten online lesen, dann denken manche Leute, ich würde jetzt gerne etwas ganz Eloquentes zurückschreiben oder so ein richtig gutes Argument finden oder einen ganz gewitzten Kommentar. Und dann denkt man und denkt man drüber nach und dann fällt einem nichts ein und am Ende postet man nichts. Und die Antwort ist, man muss nicht den klügsten Kommentar der Welt schreiben. Manchmal reicht es, einen Kommentar zu schreiben. Und zwar zum Beispiel zu schreiben, ich finde es nicht in Ordnung, wie XYZ gerade behandelt wird. Das muss nicht mal superintelligent oder super eloquent sein. Es geht nur darum zu zeigen, mir ist das gerade nicht recht. Und wenn ich versuche, immer den perfekten Kommentar zu schreiben, werde ich es nicht auf nichts schreiben. Aber wenn ich versuche, einfach einen adäquaten Kommentar zu schreiben, werde ich manchmal ein bisschen was bewirken. Danke. Applaus Kann man ausprobieren, noch bei mir? Ich denke, das ist eigentlich das Betriebe-Scheike, was ja interessant ist, um eine Öffentlichkeit als Stress zu nehmen. Und ich denke, diese Stressreaktion ist ja auch immer. Das heißt, man kann jetzt nicht so ein paar Leute da nicht bis aus raus sondern man ist ja eher gesittet und während bis zu Hause oder so mit diesen ganzen Regeln ist hier vermutlich ist das gar nicht so, die Repräsentation ist ja Öffentlichkeit. Manche sagen, jetzt haben wir auch die schon im Krieg und haben dann sogar so starren, dass eigentlich dann die Reaktion kommt, alles ist ja in den Öffentlichkeit und eigentlich ist ja ein paar Leute die nicht so, oder? Genau, also da steckt ja ganz viel in der Frage drin. Ich muss oft an ein Beispiel denken, das mir eine Mitarbeiterin von Neustadt erzählt hat, der Bewährungshilfe, um kurz auszuholen. Vielleicht können Sie sich erinnern, das war vor einiger Zeit, schon länger her, ganz ein furchtbares Beispiel. In Wien hat versucht, sich ein Asylwerb, ein Flüchtling von einer Straßenbahn überrollen zu lassen. Der hat sich vor die Straßenbahn gelegt und wollte überfahren werden und als das nicht geklappt hat, hat er versucht, in die Stromleitung oberhalb der Straßenbahn zu greifen und die ist zum Glück rechtzeitig abgeschalten worden. Es war ein furchtbares Video, man hat auch gesehen, dieser Mann hat offensichtlich psychische Probleme und das hat die FPÖ dann aufgegriffen, dieses Video und mal das Artikel gebracht, worüber man schon mal reden kann, ob das so eine gute journalistische Entscheidung war und dann hat der Heinz-Christian Strache auf seinem Facebook-Account das Video geteilt und ich glaube, er hat dazu geschrieben, irgendwas in die Richtung fassungslos war es, glaube ich. Und der Trall bei dem Ganzen war dann, dass sehr viele Fans der FPÖ, Fans von Heinz-Christian Strache Unglaubigkeiten geschrieben haben, zum Sinne von ich hätte den Flüchtling überfahren oder Kopfschussalter, also wirklich Gewalt, Verherrlichung und Gewaltaufrufe zum Teil und es ist so weit gegangen, dass dann sogar die Staatsanwaltschaft Wien von selbst ermitteln begonnen hat, also einfach gesagt, die haben die Postings Screenshoten begonnen, was das erste Mal war, dass ich mitbekommen habe, dass die Staatsanwaltschaft von selbst Facebook durchforsten beginnt, wegen sowas und da gab es dann tatsächlich Verurteilung deswegen und mir hat eine Mitarbeiterin von Neustadt erzählt, dass bei ihr eine Frau war, die wegen so etwas vor Gericht gelandet ist, wegen einer Verhetzung, also wegen einem Kommentar, Verhetzung angeklagt worden ist und die ist dann auch verurteilt worden und was vor Gericht sich ziemlich negativ für sie ausgespielt hat, war, dass sie, bitte mich nicht festnangen, ich glaube, über 100 Likes bekommen hat für einen Kommentar und da sehen wir, das ist eine Öffentlichkeit, also diese Userin ist wahrscheinlich überhaupt kein bekannter Mensch, aber die kriegt mit einem Schlag, wenn sie das dort postet, wenn sie emotionalisiert, über 100 Likes und ich glaube, das unterschätzen tatsächlich Leute, also dass sie nicht bewusst ist, in was für ein Massenmedium sie hineingehen, aber auch, ich habe so das Gefühl, das ist ein bisschen eine ambivalente Sache, weil wenn man hunderte Likes kriegt, fühlt sich das schon gut an, man möchte halt die negativen Konsequenzen davon dann nicht haben und das ist einerseits dieses nicht richtig Einschätzen der Konsequenzen, wenn ich öffentlich auftrete und was Sie vollkommen richtig angesprochen haben, ist eben dieses, dass es auch nicht so beklemmend ist, weil ich wette, dass viele dieser Poster, dass viele dieser Poster, die solche verhetzende Dinge geschrieben haben, wenn die sich hier vor diesen Raum stellen müssten, dass sie das da nicht rausrufen würden, nicht nur, weil wahrscheinlich das Publikum das hier nicht gutiert, aber auch, wenn man das nicht tut, ganz einfach und das ist diese Online- Enthemmung, also da sind sehr viele Faktoren drin, aber eben auch, dass ich physisch präsent, dass das viel beklemmender ist, wenn ich das vor Publikum machen muss, vor sichtbarem Publikum. Die andere Sache, die hat, ich denke, wenn wir über Demokratie noch denken, das ist schon sehr besorgen, das ist, das ist in so alt die Welt ein funktionierenden sozialen Medien. Und ich denke, da muss man sich immer behaupten, weil es geht ja nicht um technische Vorgänge, sondern es geht ja darum, dass die nach bestimmten Litären programmiert sind. Das heißt, die Firma, Facebook oder Google oder YouTube, die haben ja ein großes Interesse und natürlich müssen sie eigentlich auch Kaufinteresse. Genau. Oder bei Google, also ich habe den Namen auch jetzt gut, aber ich bin in den Sprache, also kann ich nicht nur eine Lese-Empfehlung gehen, die so ein Buchbeschienen oder über Wachungspartikalismus Zuboff mit 2F, also das ist, glaube ich, jetzt eben da verschieben, die hat schon verschlungen, bis zu gar. Und das hat 700 Seiten, glaube ich, ja. Wo ganz in der Teil beschrieben steht, auch zum Beispiel was die Hintergründe dieser Firmen, also in welcher Weise sie zum Beispiel Henkings machen, oder welcher Art von Werbung erscheint, wenn er bestimmte, wenn er Suchanfragen macht, oder wenn er bestimmtes, oder wie Facebook argumentiert. Und im Hintergrund haben die Modelle, die Wahrscheinlichkeiten berechnet, dass man reagiert. Also irgendwie, das heißt, sie wollen ja, dass man ganz lang gebunden wird, eigentlich soll das als Suchbehalten anrufiert werden und was sie vergoogelt zum Beispiel die Hähne dann, dafür, dass man eine Reaktion macht und dass man das Werb der Werbebeinamt gibt und dass vielleicht eine Kaufaktion zustande kommt. Das heißt, das Verkaufsinteresse der Firmen ist auf viel, auf Quantität aus und Quantität heißt natürlich Schrill, das heißt Emotionalität, das heißt, das Gewinninteresse der Firmen ist eine, das sind so multiple Schleifen, die eigentlich immer sozusagen den Grund verschärfen und den den Vorwand geben, der halt schrill ist, der schräg ist, der verletzend ist, der obszön ist und zwar haben wir so viele Leute gebrannt, die Berücksspielung bleiben letztlich ist natürlich eine Zerstörung des Polizien des Reguluses. Ich finde ja, ich finde auch die Shoshana Zuboff mit ihren Thesen zum Überwachungskapitalismus, das Wort, das sie da maßgeblich geprägt hat, ich finde das eine extrem wichtige These und ich würde sagen, ein großer Teil des Problems ist das Geschäftsmodell, auf dem das heutige Internet aufbaut und ich sage immer bewusst, immer wenn ich das so kritisiere, sage ich mir, das heutige Internet, weil mir wichtig ist, ein anderes Internet wäre absolut möglich und da geht es darum, das Geschäftsmodell des heutigen Internets ist Werbung und Werbung hat sehr große Schattenseiten, nämlich Werbung lebt davon, dass ich möglichst vielen Menschen möglichst viel einblenden kann. Das heißt, Facebook, wie finanziert sich zum absolut überwiegenden Großteil, wie finanziert sich Facebook über Werbung, wie finanziert sich YouTube über Werbung, wie finanziert sich Google groß als über Werbung. Das heißt, viele Unternehmen, viele Apps leben dann gut, wenn man viel Zeit dort verbringt, weil man dann immer mehr Banner, also länger mit Bannern, länger mit Werbung in Kontakt ist oder mehr eingeblendet bekommt. Und das führt dazu, dass Unternehmen natürlich einen gewissen Drang verspuren können, ihre Dienste so zu optimieren, dass man lang dort bleibt. Und wie Sie richtig sagen, das weiß jeder Journalist, jede Journalistin, wie kriege ich Menschen auf meine Seite, wie halte ich Menschen bei Laune, wenn es knallt, wenn es deftig ist, wenn es sehr emotionalisierend ist. Und ich glaube, das ist einfach ein pulvadeskes Denken, das wir online sehen und im Journalismus war das auch schon so. Boulevardmedien haben schon immer so funktioniert, dass es möglichst grell sein muss und in Österreich sind Boulevardmedien am Ende erfolgreicher als Nicht-Boulevardmedien. Aber es gibt einen Unterschied, zumindest ansatzweise, haben auch noch Boulevardmedien irgendwo journalistische Grenzen oder journalistische Standards. Sicherlich heißt nicht, dass alles stimmt oder dass immer alles zu 100% richtig ist, aber es gibt dann sogar Sachen, für die sich das Boulevardmedium entschuldigt oder wo es selbst denen so deppert wird und sie sagen, das bringen wir jetzt nicht so. Also es gibt so, in unterschiedlicher Ausprägung haben Medien so journalistische Standards. Manche mehr, manche weniger. Und das Problem ist, klar, digitale Medien kommen nicht aus dieser journalistischen Schule. Das heißt, dieses Gegenmodell, dass es nicht nur darum geht, was stark geklickt wird, das gibt es da gar nicht mehr so stark. Und als die ersten Kritikpunkte, zum Beispiel in Falschmeldungen auf Facebook aufkam, als das groß ein Thema wurde, hat Mark Zuckerberg als erstes erklärt. Erstens, er haltet es für eine ziemlich absurde Idee, dass Menschen wegen Falschmeldung eine politische Entscheidung treffen. Aber es war auch so, dass ein Slogan von Facebook am Anfang war, wir wollen nicht der Arbiter of Truth sein, also wir wollen nicht sein, der das entscheidet. Wir sind eine neutrale Plattform. Und das ist eben Unsinn, das ist eine Irreführung, weil sie sind ja keine neutrale Plattform, weil sie haben ja ein Modell ausgesucht. Es ist nur ein Modell, das auf sehr buntes, auf sehr schrille Inhalte abzielt. Und ich persönlich glaube folgendes, ich glaube, das ist gar nicht gewollt. Also ich glaube wirklich nicht, dass die großen Plattformen sich gedacht haben, toll, wir helfen jetzt dem Trump oder toll, wir helfen jetzt irgendwelchen Neonazis im Internet, was wir auch sehen können, dass zum Beispiel rechtsextreme Gruppierungen auch recht erfolgreich sind. Ich glaube, wenn es eine simple Methode gäbe für die, dass sie politischen Extremisten oder Populisten nicht ganz so stark helfen und gleichzeitig ihr Geschäftsmodell bewahren, dann hätten die das schon genutzt. Also ich glaube nicht, dass das eine böse Absicht ist. Ich glaube nur, in diesem Werbemodell setzt sich die Differenzierung eher nicht durch. Die Frage wäre, ob sie ein demokratisches Interesse haben. Und beim Facebook, der ist ja mit Obama befreundet gewesen und gleichzeitig sieht man ja, dass die jetzt auch im letzten Wahlkampf eben rechtsradikal unterstützt haben. Also man kann sie nicht. Und eine andere Frage wäre, für mich, was ich zum Beispiel auch manchmal wundere, ist, im Grunde genommen sind ja diese sozialen Medien sowas wie eine Parallelwirklichkeit oder eine parallele Öffentlichkeit. Das heißt, wenn man es normaler, würde ich sagen, was ich politisch gebildeter ist, was konsumiert man, man schaut in ORF an, man hat vielleicht Tageszeitungen, so irgendwie, ich bin ja ein bisschen auf Twitter, Facebook bin ich nicht. Das heißt, was aber, und da werden bestimmte Sachen abgehandelt. Das heißt, es wird ein Interview gemacht, ein Minister wird vorgeladen, es wird eine Pressekonferenz, es wird, das heißt, so rennt sozusagen das politische Geschäft. Und dann gibt es im Hintergrund oder ganz woanders die sozialen Medien. Und was ich mich oft frage ist, wieso kommt da von den traditionellen Medien nicht viel mehr Berichterstattung über den sozialen Medien? Das heißt, wenn zum Beispiel der Innenminister oder irgendjemand oder irgendein Minister, egal, oder irgendjemand, ein Parteichef in dieser normalen Öffentlichkeit was sagt, dann wird das kommentiert. Da muss er die Wortwahl treffen, da schaut man, ob er den Ton trifft, ob er die Stimmung trifft, ob er geschickt argumentiert und so weiter. Und während das andere, dass man sagt, hallo, wieso haben Sie jetzt zum Beispiel diese 200 Postings nicht gelöscht oder so, oder warum heizen Sie irgendwas in diese Richtung an? Das heißt, warum eigentlich von diesen offiziellen Medien nicht sozusagen der Scheinwerfer, dass man so quasi diese normale Öffentlichkeit, der man ja gewohnt ist, als politisch sozialisierter, warum das nicht gerichtet ist? Oder kann das erst kommen oder ist das zu früh? Ich sehe es ein bisschen anders. Ich finde, es ist schon besser geworden, weil zum Beispiel mittlerweile viel mehr über uns censuriert, also zum Beispiel Seiten mit einer Parteinähe berichtet wird oder weil auch mittlerweile solche Entgleisungen im Netz oftmals in der Berichterstattung angesprochen werden. Aber ich sehe eher zwei Probleme. Das erste ist, manchmal werden solche Geschichten aufgegriffen und überhaupt nicht journalistisch eingeordnet, sondern erst recht wieder zum Klicks generieren genutzt. Die Tageszeitung Österreich hat mir Spaß gemacht und können Sie auch machen. Sie können, auf Google können Sie auch schauen, wie oft eine Seite eine gewisse Formulierung genutzt hat. Sie können auf Google, da geben Sie ein Seit, Doppelpunkt, dann geben Sie die Adresse ein und dann geben Sie dahinter die Formulierung ein und dann schauen Sie, wie oft die Formulierung kommt. Das können Sie mit Österreich machen, OE24.at, also der Online-Ausgabe davon. Und dann geben Sie ein OE24.at und dann, das sagt Strache zu. Und dann machen Sie den Spaß und dann sehen Sie ganz viele Artikel, wo dieses Boulevardblatt oder Boulevardwebseite beinahe einfach das Facebook-Posting abgeschrieben hat und es nicht mal einordnet, sondern Heinz-Christian Strache schreibt irgendwas daraus Provokantes oder Populistisches zu irgendeinem Thema und die machen nichts anderes, als Facebook nochmal zu wiederholen. Da denke ich mir, also wenn ich jetzt zum Beispiel ein Fan der FPÖ, da kann ich aber gleich den Strache lesen, warum soll ich da auf die Webseite von Österreich gehen, aber okay. Das heißt, einerseits ist das Problem, dass schon diese Dinge aufgegriffen werden, aber nicht eingebettet werden oder kein, also man könnte es auch aufgreifen und sagen, wir machen jetzt einen Faktencheck, was ist da dran? Das machen schon einzelne Medien und das finde ich, ist besser geworden, zum Beispiel in Medien wie Profil, Falter, Standard wird das thematisiert, aber einerseits sind das dann natürlich die Medien, die auch gleich wieder abgestempelt werden als, was weiß ich, Absurditäten. Das ist das eine und das zweite größere Problem ist, es ist nicht beharrlich genug oder Journalismus an sich, glaube ich, tut sich schwer, mit unglaublich lang zu nerven, weil oft die Themen so schnell weitergehen, dass wir nicht dabei bleiben. Ich finde ja, man müsste manchmal, manche Politiker, so lange eine Frage stellen, bis das beantwortet ist oder bis das Problem gelöst ist und manche Dinge, die passieren so und dann ist es vorbei und dann haben es irgendwie alle vergessen. Ich gebe Ihnen ein Beispiel, vielleicht hat es der eine oder andere gesehen, 2015 hat Heinz-Christian Strache einen Post geteilt, wo es hieß, in Wien hätte die Vega, die Sondereinheit der Polizei, einen Supermarkt stürmen müssen wegen den Flüchtlingen, weil die Flüchtlinge hätten sich da so aufgeführt, dass dann schon die Vega gekommen wären. Und dann hat sich der örtliche Supermarkt, ich glaube, es war der Biller oder vielleicht was der Spar, ich glaube, es war der Biller, gesagt, uns ist kein solcher Vorfall bekannt. Nein, also die haben sogar öffentlich widersprochen und es ist einfach klar, dass dieser Vorfall hat nicht existiert, das war ein vermeintlicher Augenzeugenbericht, ein Bericht, den der Strache geteilt hat. Falsch. Und was ist passiert? Die FPÖ hat einfach dieses Post entfernt und es kam nie in die Richtigstellung. Und in der Logik der Technik heißt das Folgendes, die Fans, die den ursprünglichen Beitrag gesehen haben, der falsch war, die haben den Beitrag gesehen und dann kam nachher kein zweiter Beitrag, der es richtig stellt. Und ich finde, sowas ist ein Problem, wenn das durchgegangen lassen wird, dass man, wenn Netz, ich finde, in solchen Fällen ist es wichtig, dass Journalisten so lang nervig sind, bis die Partei wenigstens eine Richtigstellung produziert. also ich glaube, ich glaube, Beharrlichkeit im Journalismus ist eine Sache, die ein Teil der Lösung ist und da kann wahrscheinlich noch eine Spur mehr Beharrlichkeit da sein. Sie haben zuerst so eine kurze Bemerkung gemacht in Bezug auf das jetzige Internet. Man kann ja ein bisschen, es kommt Weihnachten, jetzt kann man ja ein bisschen wünschen, was wären Ihre Wünsche, dass man sagen könnte oder wo? Im Grunde genommen ist, man hat ja jetzt so den Eindruck oder so mindestens seit 2016 durch dieses Anwachsen des Rechtspopulismus, dass ein Teil sozusagen der Problematik im Internet liegt und dass diese ursprünglichen ganz, ganz Anfangen, am Anfang diese Hoffnungen, das findet jetzt eine Demokratisierung oder wie man den arabischen Frühling interpretiert hat, dass das relativ enttäuscht ist oder vielleicht ist dieses Potenzial immer noch vorhanden. Jetzt ist meine Frage, nachdem Sie da Expertin sind, was müsste man eigentlich machen oder welche Art von Forderungen müsste man an die Politik stellen oder könnte Europa was machen? Ich glaube, Europa wäre handlungsfähig, oder? Ich glaube absolut, dass Europa handlungsfähig wäre. Ich glaube, das System funktioniert ja nur so lange, so lange Nationalstaaten oder die EU glaubt, sie ist handlungsunfähig. Und wenn einzelne Staaten oder die EU draufkommt, man ist überhaupt nicht handlungsunfähig, geht sich die Rechnung auch nicht mehr aus, warum. Die großen Internetunternehmen, die wollen hier ja ihre Dinge verkaufen, die wollen hier Werbung verkaufen. Österreichische KMUs, auch große Unternehmen, die zahlen ja Werbung. Das heißt, es gibt einen finanziellen Fluss. Und überall dort, wo ich einen finanziellen Fluss habe, kann ich politisch eingreifen. Das ist ja, es sind ja offizielle Flüsse, das ist ja nicht Bitcoins im Darknet, die geheim sind, das sind ja greifbare finanzielle Transaktionen. Und so wie ich andere Wirtschaftszweige regeln kann, kann ich das auch mit digitalen Wirtschaftszweigen. Also ich gebe ein Beispiel, wenn ich ein Shampoo-Hersteller bin, muss ich natürlich die europäischen Vorgaben für Kosmetikprodukte befolgen. Und wir würden nie und nie mehr tolerieren, dass das im Supermarkt steht, wenn das nicht die Auflagen einhält. Wir haben eine Situation, wo zum Beispiel Twitter, nachweisbar, sehr viele strafbare Inhalte nicht entfernt, obwohl sie gemeldet worden sind, wozu sie rechtlich verpflichtet wären. Und bei Facebook ist es schon etwas besser geworden. Also es gibt immer so neue Erhebungen, aber wir wissen, es bleibt vieles stehen, was strafbar wäre, selbst wenn es gemeldet wird. Und da geht es einfach darum, dass ich von IT-Riesen, die da auch Milliardenbeträge einnehmen, einfach das Gleiche verlange, wie vom Shampoo-Hersteller, dass einfach die Regeln eingehalten werden. Und diese Macht hat die Politik sehr wohl. Sie muss nur daran glauben, dass sie die hat. Und sie muss ein Interesse haben, dass sie das umsetzt. Und was könnte man machen? Also das eine wäre, ich habe schon gesagt, diese Transparenz von Algorithmen. Ich glaube nicht, dass zum Beispiel jeder Source-Code oder so offengelegt werden muss. Ich glaube wirklich, es gibt Dinge, die sind ein Firmengeheimnis. Und das käme tatsächlich in der Eignung gleich, wenn das offengelegt werden muss. Weil da haben Hunderte, da haben Hunderte Menschen unzählige Stunden daran gearbeitet, um diesen Code zu schreiben, um ihn immer besser zu machen. Aber ich kann trotzdem reinschauen, zu einem gewissen Grad. Forscher können, wenn sie zum Beispiel mit Algorithmen herumspielen, wenn sie Daten in den Algorithmus einspeisen und schauen, welche Entscheidung trifft der Algorithmus, können sie Rückschlüsse ziehen. zum Beispiel diskriminierter Algorithmus einzelne Gruppen. Oder ist es so, dass zum Beispiel emotionalisierende Inhalte, wie viel besser schneiden die ab oder schneiden sie gar nicht besser ab. Solche Tests kann man machen. Und das könnte man sehr wohl machen, diese Transparenz. Ich glaube, dass man einfach so ein bisschen nachjustieren kann, Sicherheitseinstellungen. Und ich glaube, auf lange Sicht, wenn wir noch auf ein größeres Problem hinaus kommen, nämlich wir sehen schon jetzt, das heißt ja oft, das Internet hätte ein Tool der Demokratisierung sein sollen. Kann man zum einen fragen, ist es das immer? Das andere ist aber auch, gerade digitale Riesen sind ein Paradebeispiel für Vermögensungleichheit. Das ist, glaube ich, eine Debatte, die zunehmend entstehen wird. Nämlich wir sehen, dass diese Riesen extreme Gewinne einfahren, aber eigentlich nur sehr wenige Menschen dort Jobs haben, verglichen mit anderen Herstellern und gleichzeitig diese Riesen auch sehr gut sind in Steuervermeidung. Und je mächtiger dieses Wirtschafts, dieses Wirtschaftsspektrum wird, desto mehr müssen wir, glaube ich, auch die Frage stellen, welche ökonomischen Auflagen setzen wir an solche Riesen? Weil am Ende stellt sich die Frage, können wir unseren Sozialstaat auf lange Sicht erhalten, wenn ein großer Teil der Wirtschaftsleistung an solche globalen Unternehmen abfließt? Oder es stellt sich die Frage, wer hat noch einen Job und die, die keinen Job haben, welche Bedingungen haben die? Also, ich glaube, das sind ganz viele Fragen, nur das Entscheidende ist, natürlich kann man was bewirken. Ich hoffe nur, dass man nicht so lange wartet, bis die totale Krise eintritt, sondern dass man es davor reguliert oder dass man davor einfach gemeinsam Regeln macht. Das heißt, die Regeln einhalten, dass man sagt, man hat irgendwelche, zum Beispiel, Löschungsregeln, auf das, dass man das gesetzlich regelt. Das zweite wäre von außen her in die Funktionsweise von Algorithmen, dass man sagt, wie funktioniert das? Und die machen ja selber die ganzen Tag Experimente. Das heißt, das ist ja intern, das heißt, der Algorithmus bei Google wird 300 Mal am Tag verändert und das sind immer Experimente, die experimentieren mit uns quasi. Und das andere ist diese ökonomische, das ist klar, das Steuervermeidungsmodell von Google ist ja bekannt, das ist auch thematisiert. Gibt es nur auf einer technischen Ebene so Sachen, die vielleicht, also ich würde sagen, ich bin ja Laie in diesen Bereichen, interessant wäre oder im Grunde genommen braucht man viel mehr Wissen, damit man sozusagen das auch den Parteien gibt oder dass man sagen könnte, eigentlich von einer modernen Politik würde man erwarten, dass diese Fragen alle irgendwie angegangen werden. Es gibt auch die Ebene des Designs. Ich habe ja gesagt, das ist ein Teil des Problems des Geschäftsmodells, des Internets Werbung. Und sehr viele Webseiten sind in einem Design darauf programmiert, uns entweder bei Laune zu halten oder sehr viel Zeit auf der Seite verbringen. Das führt dazu, dass dauernd etwas blinkt oder etwas vibriert. Wenn Sie sich denken, warum vibriert mein Handy die ganze Zeit und warum klingelt irgendwas und warum ist das? Das ist, damit Sie wieder in die App schauen und damit Ihnen wieder Werbung serviert werden kann. Das ist eigentlich die Logik dahinter. Darum schauen Handy so aus, wie sie ausschauen und Apps so aus, wie sie ausschauen. Das heißt, sehr viel Design hat ökonomische Hintergründe. Oder wenn Sie auf Webseiten sind, sind die extra so designt, damit Sie dort möglichst Geld ausgeben. Vielleicht kennen Sie Booking.com. Ich nutze es sehr gern. Ich finde es eine sehr gute Vergleichsportal oder ein Buchungsportal, wo ich sehen kann, welche Hotels gibt es wo. Nur sind die wirklich, wirklich ziemlich gewifft und auch ziemlich krass, wie sie Menschen zum Kaufen motivieren von Hotelzimmern. Da steht, dieses Zimmer wurde, ich glaube heute, 127 Mal gebucht. Und wenn ich das lese, denke ich, ich muss sofort buchen, das haben ja schon so viele Leute gebucht. Und dann steht da auch noch, jetzt gerade schauen Sie das 23 Menschen neben dir an. Und dann denken wir, oh Gott, die wollen alle mein Zimmer und ich will das Zimmer und dann will man es sofort kaufen. Jetzt gibt es nur noch zwei, genau. Letztes Zimmer und dann steht auch noch Rabatt, Schnäppchen heute oder irgendwie sowas in die Richtung. Das heißt, das sind alles so Stimuli, die einem zeigen, ich muss jetzt sofort zuschlagen. Also das Verkaufsicht ist total logisch. Nur, was ich damit sagen will, ist, all diese Energie, die wir aufgewendet haben oder die Seiten aufgewendet haben, dass man Menschen zum Kaufen oder zum Klicken motiviert, das ist die Energie von Designern, die sehr lang überlegen, die Dinge testen, die schauen, was wird angeklickt, damit am Ende das ökonomische Ergebnis stimmt. Und wir bräuchten ein Design, das so darauf abzielt, dass am Ende das demokratische Ergebnis stimmt oder im Sinne von, dass die demokratische Debatte fair ist. Und das könnte sein, dass man zum Beispiel sich überlegt, wie könnte ein Design aussehen, wenn ich nicht streite, sondern wenn ich Respekt in den Vordergrund stellen will. Und da gibt es sogar Ansätze aus der Forschung, interessanterweise. Es gibt eine Forscherin, die heißt Natalie Stroud, die hat ein Experiment gemacht. Viele Webseiten haben ja auch den Like-Partner. Also ich kann zum Beispiel, wenn ein User etwas postet in einem Forum, kann ich das liken. Und die hat sich überlegt, würde es einen Unterschied machen, wie Menschen miteinander interagieren im Forum, wenn nicht mein Like-Button dort ist, sondern ein Respect, also ein Respekt-Knopf. Und sie haben in einer Variante haben sie Studienteilnehmern eben miteinander diskutieren lassen mit dem Like-Knopf. Und sie haben ausgewertet, Leute, die sich zu einem Thema irgendwie äußern, liken, die was Andersdenkende sagen. Und der Like-Knopf führt tendenziell eher dazu, dass ich bei Gleichdenkenden draufklicke, weil ich eher gleichdenkend signalisieren will, mir gefällt, was du sagst. Und dann haben sie geschaut, wenn ich stattdessen einen Respect-Knopf dort habe, führt das zu einem anderen Klickverhalten. Und das Interessante war, es hat zu einem signifikant anderen Klickverhalten geführt. In dem Moment, wo Menschen einen Respekt-Knopf hatten, haben sie öfters bei den Postings von Andersdenkenden auch draufgeklickt. Und so ein bisschen die Vermutung löst das aus oder der Schluss daraus kann so sein, dass, wenn ein Respekt-Knopf da ist, dass man ihn eher auch bei Andersdenkenden drückt. Womöglich, weil sich Leute denken, okay, ich stimme dir nicht zu, aber ich respektiere das noch, was du sagst. Also selbst so kleine Formulierungen, die können so ein bisschen, so ein Millimeter was ändern. Und wenn wir bei jeder Webseite alle Knöpfe und alle Dinge, die uns zur Auswahl stehen, anschauen, dann glaube ich, hat das schon einen großen Effekt. Nur ist das lange nicht passiert. Okay, danke. Wir kommen zum letzten Drittel. Vielleicht haben Sie Lust, mit der Frau Brotnig zu diskutieren. Vielleicht haben Sie Fragen. Die Veranstaltung wurde bis jetzt aufgezeichnet und gefilmt. Wir stellen das jetzt ein. Also das heißt, für die Fragerunde brauchen Sie keine Angst haben, dass das aufgezeichnet wird. Es wird nicht gepostet und Sie können auch alles sagen.